Die Lampe ist an. Ich bin in der Küche. Ich gehe in die Küche. Ich bin im Bad. Wir sind im Park. Wir gehen in den Park. Wir gehen in den Park. Wir sind im Park. Ich bin im Garten. Ich gehe in den Garten. Ich bin im Garten. Ich gehe in den Garten. Ich gehe in den Keller. Ich gehe in den Haltestelle. Ich gehe in den Haltestelle. Ich bin an der Haltestelle. Ich gehe in den Haltestelle. Ich gehe in den Park. 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 Wir sind am Strand. Wir gehen an den Strand. Wir gehen zur Schule. Wir sind in der Schule. Wir gehen zur Schule. Wir sind in der Schule. Ich treffe meinen Vater. Ich treffe meinen Vater. Ich steige in die U-Bahn ein. Ich spiele mit meinem Handy. Ich trinke aus der Tasse. Wir warten vor dem Restaurant. Ich putze meine Zähne mit der Zahnbürste. Ich putze meine Zähne mit der Zahnbürste. Ich gehe zum Arzt. Ich gehe zum Arzt. Ich sitze auf der Bank im Garten. Ich sitze auf der Bank im Garten. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule. Nicht vergessen uns liken und abonnieren. Ich schwimme im Schwimmbad. Ich lese in der Bibliothek. Ich lese in der Bibliothek. Ich trinke Tee aus der Tasse. Ich trinke Tee aus der Tasse. Ich gehe in die Kirche. Ich gehe in die Kirche. Ich laufe im Park. Ich arbeite im Büro. Ich arbeite im Büro. Ich reise mit dem Bus. Ich warte am Flughafen. Ich warte am Flughafen. Ich esse Kuchen auf der Party. Ich esse Kuchen auf der Party. Ich lese im Bus. Ich lese im Bus. Nicht vergessen uns liken und abonnieren. Ich räume heute mein Zimmer auf. Das schmutzige Glas bringe ich in die Küche. Ich stelle die Bücher ins Regal. Ich werfe die kleinen Papierstücke im Müll. Auf dem Tisch befindet sich ein Fleck. Auf dem Tisch befindet sich ein Fleck. Ich hole ein Tuch. Ich hole ein Tuch. Ich entferne den Fleck mit dem Tuch. Ich entferne den Fleck mit dem Tuch. Ich lege meine Kleidung in den Schrank. Ich lege meine Kleidung in den Schrank. Ich hänge meine Jacke an die Garderobe. Ich tausche die Bettwäsche aus. Ich tausche die Bettwäsche aus. Jetzt ist mein Zimmer aufgeräumt. Ich freue mich darüber. Ich stoße ihn an. Ich stoße ihn an. Ich schubse ihn. Ich schubse ihn. Ich schubse ihn an. Nicht vergessen uns liken und abonnieren. Ich habe ihn geschubst. Ich habe ihn geschubst. Bad putzen Bad putzen Ich putze heute das Bad. Für die Toilette nehme ich Reiniger. Für die Toilette nehme ich Reiniger. Ich reinige die Toilette mit der Bürste. Ich reinige die Toilette mit der Bürste. Jetzt ist sie wieder sauber. Jetzt ist sie wieder sauber. Die Dusche ist sauber. Die Dusche ist sauber. Ich wische das Waschbecken ab. Ich wische das Waschbecken ab. Jetzt ist mein Zimmer aufgeräumt. Jetzt ist mein Zimmer aufgeräumt. Ich freue mich darüber. Ich stoße ihn an. Ich stoße ihn an. Ich schubse ihn. Ich schubse ihn. Nicht vergessen uns liken und abonnieren. Ich habe ihn geschubst. Ich habe ihn geschubst. Bad putzen. Ich putze heute das Bad. Ich putze heute das Bad. Für die Toilette nehme ich Reiniger. Für die Toilette nehme ich Reiniger. Ich reinige die Toilette mit der Bürste. Jetzt ist sie wieder sauber. Jetzt ist sie wieder sauber. Die Dusche ist sauber. Die Dusche ist sauber. Ich wische das Waschbecken ab. Ich wische das Waschbecken ab. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich schreie. Ich schreie. Mir ist langweilig. Mir ist langweilig. Ich bin wütend. Ich bin wütend. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich bin glücklich. 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 Ich habe lange Haare. Ich wünsche mir kurze Haare. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre zurück nach Hause. Ich stehe an der Bushaltestelle. Ich wische den Boden. Ich putze die Toilette. Ich putze die Toilette. Ich wische den Tisch. Ich wische den Tisch. Ich sauge den Boden. Ich sauge den Boden. Ich halte die Zahnpasta. Ich halte die Zahnpasta. Ich halte die Zahnbürste. Ich putze mir die Hände. Ich putze mir die Zähne. Ich putze mir die Zähne. Nicht vergessen uns liken und abonnieren. Ich föhne mir die Haare. Ich föhne mir die Haare. Ich putze mir die Zahnpasta. Ich putze mir die Zahnpasta. Ich putze mir das Gesicht. Ich putze mir das Gesicht. Ich rasiere mir den Bart. Ich rasiere mir den Bart. Ich kaufe ein ganzes Hähnchen. Ich nehme eine Packung Milch. Ich nehme eine Packung Milch. Ich nehme eine Packung Fleisch. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Ich esse ein Stück Torte. Heute ist ein schöner Tag. 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 Er flüstert ihr ins Ohr. Er flüstert ihr ins Ohr. Ich schlage ihm ins Gesicht. Ich schlage ihm ins Gesicht. Ich habe ihm ins Gesicht geschlagen. Ich habe heute einen Termin beim Friseur. Ich habe heute einen Termin beim Friseur. nicht vergessen uns liken und abonnieren. Ich möchte meine Haare schneiden lassen. Ich möchte meine Haare schneiden lassen. Ich gehe zum Friseur. Ich gehe zum Friseur. Ich setze mich auf den Platz. Ich setze mich auf den Platz. Sie föhnt meine Haare trocken. Sie föhnt meine Haare trocken. Ich schaue mich im Spiegel an. Ich sehe verändert aus. Ich mag meinen neuen Haarstyle. Ich mag meinen neuen Haarstyle. Ich zahle 50 Euro. Ich mache einen neuen Termin. Ich mache einen neuen Termin. Ich räume heute mein Zimmer auf. Ich räume heute mein Zimmer auf. Ich stelle die Bücher ins Regal. Ich stelle die Bücher ins Regal. Das schmutzige Glas bringe ich in die Küche. Das schmutzige Glas bringe ich in die Küche. Ich wische den Spiegel mit einem Tuch. Ich wische den Spiegel mit einem Tuch. Ich putze die Toilette. Ich wische den Boden. Ich wische den Boden. Ich habe den Boden gewischt. Ich habe den Boden gewischt. Ich nehme ein Bad. Ich nehme ein Bad. Ich arbeite am Laptop. Ich arbeite am Laptop. Ich packe das Paket aus. Ich packe das Paket aus. Ich habe das Paket ausgepackt. Ich bügele die Kleidung. Ich bügele die Kleidung. Ich lese die Zeitung. Ich lese die Zeitung. Ich lese das Magazin. Ich lese das Magazin. Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Ich lackiere meine Nägel. Ich lackiere meine Nägel. Ich töte Mücken und Fliegen. Ich töte Mücken und Fliegen. Nicht vergessen uns liken und abonnieren. Ich sprühe Parfüm auf meinen Hals. Ich sprühe Parfüm auf meinen Hals. Ich mache einen Spaziergang. Ich mache einen Spaziergang. Ich erzähle meinem Kind eine Geschichte. Ich erzähle meinem Kind eine Geschichte. Ich träume von Katrin. Ich träume von Katrin. Ich träume von Katrin. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich putze mir die Zähne. Ich putze mir die Zähne. Ich habe Hunger. Ich frühstücke um 8 Uhr. Ich frühstücke um 8 Uhr. Ich kämme mir die Haare. Ich kämme mir die Haare. Ich kämme mir die Haare. Ich schneide die Gurke. Ich schneide die Gurke. Ich schüttle den Cocktail. Ich schüttle den Cocktail. Ich rühre die Suppe rum. Ich schärfe das Messer. Ich schärfe das Messer. Ich mische den Teig. Ich mische den Teig. Ich arbeite am Computer. Ich arbeite am Computer. Die Arbeit ist langweilig. Die Arbeit ist langweilig. Wir machen um 12 Uhr eine Pause. Wir machen um 12 Uhr eine Pause. Während der Pause trinke ich einen Tee. Während der Pause trinke ich einen Tee. Ich arbeite bis 17 Uhr. Ich arbeite bis 17 Uhr. Ich gehe in den Supermarkt. Ich gehe in den Supermarkt. Ich kaufe Demüse ein. Ich kaufe Demüse ein. Ich kaufe ein Kilo Bananen. Ich kaufe ein Kilo Bananen. Ich brauche noch ein ganzes Hähnchen. Ich brauche noch ein ganzes Hähnchen. Ich bezahle an der Kasse. Ich fahre zurück nach Hause. Ich fahre zurück nach Hause. Ich spiele Playstation in meiner Freizeit. Ich spiele Playstation in meiner Freizeit. Ich sehe fern am Abend. Ich trinke Kaffee am Morgen. Ich fahre gern Rad im Sommer. Ich fahre gern Rad im Sommer. Ich sehe einen kleinen Vogel. Ich höre Vögel singen im Garten. Ich höre Vögel singen im Garten. Ich reise gerne mit dem Auto in den Urlaub. Ich reise gerne mit dem Auto in den Urlaub. Das ist mein Traumauto. Das ist mein Traumauto. Am Wochenende reinige ich mein Auto. Am Wochenende reinige ich mein Auto. Ich gehe in den Supermarkt einkaufen. Ich gehe in den Supermarkt einkaufen. Ich sehe Sterne am Himmel in der Nacht. Ich sehe Sterne am Himmel in der Nacht. Ich lese eine Geschichte für meine Kinder. Ich lese eine Geschichte für meine Kinder. Ich betrete den Aufzug. Ich betrete den Aufzug. Ich schlafe auf der Couch. Ich schlafe auf der Couch. Ich trete durch die Tür. Ich trete durch die Tür. Ich gehe durch die Tür. Ich mache eine Reise ins Ausland. Ich mache eine Reise ins Ausland. Wir grillen im Garten. Wir grillen im Garten. Ich spüle das Geschirr. Ich schäle die Kartoffel. Ich schäle die Kartoffel. Ich schäle die Kartoffel. Ich bezahle an der Kasse. Ich warte auf den Bus. Ich warte auf den Bus. Ich warte auf den Bus. Ich fahre mit der Linie 5. Ich muss an der vierten Station aussteigen. Ich schaue auf den Fahrplan. Ich schaue auf den Fahrplan. Ich habe kein Ticket für den Bus. Ich kaufe es beim Busfahrer. Ich kaufe es beim Busfahrer. Eine ältere Frau setzt sich an der Bushaltestelle hin. Sie trägt schwere Taschen. Der Bus kommt jetzt. Der Bus kommt jetzt. Ich spiele mit meinem Handy. Wir warten vor dem Restaurant. Wir warten vor dem Restaurant. Ich gehe zum Arzt. Ich gehe zum Arzt. Ich lese im Bus. Ich lese im Bus. Ich warte am Flughafen. Ich warte am Flughafen. Ich arbeite im Büro. Ich arbeite im Büro. Wir grillen im Garten. Wir grillen im Garten. Ich spüle das Geschirr. Ich schäle die Kartoffel. Ich schäle die Kartoffel. Ich schäle die Kartoffel. Ich bezahle an der Kasse. Ich bezahle an der Kasse. Ich warte auf den Bus. Ich warte auf den Bus. Ich fahre mit der Linie 5. Ich fahre mit der Linie 5. Ich muss an der vierten Station aussteigen. Ich muss an der vierten Station aussteigen. Ich trinke gerne Kaffee am Morgen. Ich repariere mein Auto. Ich repariere mein Auto. Wir brauchen einen neuen Laptop. Wir brauchen einen neuen Laptop. Mein Bruder liest ein Buch. Mein Bruder liest ein Buch. Es ist wichtig, regelmäßig Sport zu treiben. Mein Bruder hat einen neuen Job gefunden. Mein Bruder hat einen neuen Job gefunden. Der Chef gibt dem Mitarbeiter einen Bonus. Der Chef gibt dem Mitarbeiter einen Bonus. Ich trinke einen frischen Orangensaft. Ich trinke einen frischen Orangensaft. Der Arzt untersucht den Patienten. Der Arzt untersucht den Patienten. Ich gehe in die Küche. Ich gehe in die Küche. Ich bin in der Küche. Ich gehe ins Bad. Ich gehe ins Bad. Ich bin im Bad. Ich bin im Bad. Wir sind im Park. Ich gehe zur Arbeit. Ich gehe zur Arbeit. Ich bin in der Arbeit. Ich gehe zur Haltestelle. Ich bin an der Haltestelle. Ich bin an der Haltestelle. Wir gehen ins Hotel. Wir gehen ins Hotel. Wir sind im Hotel. Wir gehen in den Park. Wir gehen in den Park. Wir sind in den Bergen. Wir sind in den Bergen. Wir gehen in die Berge. Wir gehen in den Wald. Wir gehen in den Wald. Wir sind im Wald. Ich steige in die U-Bahn ein. Wir gehen an den Strand. Wir gehen an den Strand. Wir sind am Strand. Wir sind am Strand. Ich treffe meinen Vater. Ich treffe meinen Vater. Ich trinke aus der Tasse. Ich trinke aus der Tasse. Ich spiele mit meinem Handy. Ich spiele mit meinem Handy. Wir warten vor dem Restaurant. Ich warte am Flughafen. Ich warte am Flughafen. Ich gehe zum Arzt. Ich lese im Bus. Ich lese im Bus. Ich arbeite im Büro. Ich arbeite im Büro. Zum Abschluss hoffe ich, dass Ihnen das Video gefallen hat. Vergessen Sie nicht, uns zu unterstützen, indem Sie auf den Daumen hoch klicken und unseren Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank für Ihre fortlaufende Unterstützung und wir sehen uns in den kommenden Videos.